Boom Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen. Leute, ihr seht, ich bin an einem ganz anderen Ort, Freunde. Und zwar, das hier ist mein neues Zimmer. Mein altes Zimmer hat man nie richtig gesehen, weil es war immer so eng und dies und das. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall ein großes Bett besorgt. Habe mir diese Lampen rein besorgt. Und Leute, ich habe mir diesen Bilderraum da besorgt. Der ist schon eigentlich richtig lange da nur jetzt neue Bilder reingemacht. Und Leute, ich habe ein neues Video am Start. Ja, ich weiß, ich habe lange kein Video mehr gemacht. Es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür. Zum einen, ihr wisst, habe ich angefangen zu arbeiten. Ich mache eine Ausbildung und bin jedes Mal so kaputt nach dabei. Aber mir ist schlussendlich klar geworden, das ist einfach keine Ausrede mehr, Leute. Ich versuche immer früh schlafen zu gehen, was eigentlich nicht passiert. Und zum Teil habe ich noch ganz andere Projekte am Start, Leute. Lasst euch überraschen, Freunde. Lasst euch ehrlich, da kommen so krasse Dinge auf euch zu. Von mir, von BlackBros und von Seko. Also generell die SKK-Crew. In Zukunft werden auf jeden Fall geile, geile Videos kommen, Leute. Deswegen, nimmst mir nicht übel, dass ich so lange kein Video mehr gemacht habe. Guckt mal einmal bitte ganz kurz auf den Kalender. Genau, 5. Dezember. Was war am 5. Dezember? Und? Fällt es euch ein? Genau, Leute. Genau heute, vor einem Jahr, ist dieser Kanal hier entstanden. Ein Applaus. Heute, genau vor einem Jahr, ist mein Kanal entstanden, Leute. Ich wollte in diesem Video eigentlich nur noch einmal ausdrücken, wie sehr ich euch dankbar bin. Für diese ganze Unterstützung, für alles. Wir haben innerhalb von einem Jahr ganz genau 175.525 Abonnenten gemacht, Leute. Und worauf ich sehr, sehr stolz bin. Und nicht nur ich, Leute. Ihr könnt genauso stolz sein auf euch. Der SKK ist die Gang. Ich bedanke mich herzlich bei jedem Einzelnen von euch. Bei jedem Einzelnen Supporter. Und ja, Leute. Als kleines Dankeschön habe ich einen richtig fetten Film für euch angefertigt. Zieht euch das Video rein. Macht's gut. Und haut rein. Bruder, ganz kurz. Darf ich ganz kurz eine E-Mail checken? Digga, kannst du das nicht gleich machen? Ganz kurz, Bruder. Das dauert zwei Minuten. Okay. 20 Minuten später. Ey, darf ich kurz meine Mutter anrufen? Ho, ho, ho. Ich sag dir nur, dass ihr heute null mit Käse macht. Bruder, wenn du willst, kannst du mich auf den 8 schicken, Bruder. Ich hab kein Thema. Rot ist eine hellere Farbe als Blau. Oh, richtig. Nein, äh, Rot und Blau gibt's kein Dunkel und... Ich hab was... Hey, Liga! Sag, jetzt kommen wir zur nächsten Runde. Schnell, schnell, schnell. Jetzt kommen wir zur nächsten Runde, alle schnell. Wie ist eine hier so dicht? Da ist ein bisschen Corona, dann. Ja, auf geht der mich mal. Eeeeee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Oh, Gis, komm, komm! Hahaha! Hahaha! Acht, ihr macht's zusammen. Hahaha! Aber bitte, ich sag... OHHHH! OHHHH! Oh, die Mutter! Oh, Gott! Nein! Oh, Sch... Oh, Mann! Musik 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 Du hast den Kreis noch ein Problem. Jo, Leute, was geht ab? Die Challenge läuft so ab, RK, würdest du das erklären? Ich kenne die Challenge gar nicht. Ja, so läuft! Wie haben Sie, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Jooo! Ja, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl. Ach, du schaust. ARDIE! Oh mein Gott, das ist ein Hammer! Oh mein Gott, das ist ein Hammer! Oh mein Gott, das ist ein Hammer! Yeah! Hey, ich würde keiner jetzt vom Fissdeutsch, oder? Ja, oder? Genau! Ich hab dich! Digga, Digga, du warst nicht so verpfiffen! Kommt, es hat auch ein Ding mich stehen, oder? Ja! 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 Nein! Ja! 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 Was machst du hier? Du Spinner, du! Großen Dank geht raus an euch. Ohne eure Unterstützung wäre es niemals in der Führung gegangen. Oh, das ist nicht grob. Ohne, das ist nicht grob.